Hallo und willkommen zurück im wunderschönen Family Park. Wie man sieht, habe ich hier wieder einiges geändert. Und zwar hatte ich diese Kästen, die ich hier hatte, also über diese Kioske, die ich hatte, komplett weggemacht. Die waren ja im Grunde nur deshalb, ich habe sie im Grunde nur deshalb hingestellt, weil sie günstig waren. Aber jetzt hatte ich das Geld gehabt und deswegen habe ich nun auch ein paar anständige Kioske hier überall hingebaut, die dann auch wirklich nach Piraten aussehen. Hier auch zum Beispiel, da sind Toiletten drin und hier so ein Schwein- oder Hotdog-Kiosk. Was verkauft er? Ja, Burger, okay. Und daneben Getränke. Hier gibt es jetzt auch einen Geldautomat. Endlich großartig genutzt wird er nicht. Okay, 394 Personen haben hier was gemacht. Geld abgehoben, aber wirklich lohnt sich das nicht. Okay, was habe ich noch gemacht? Den Baum hier habe ich noch eingepflanzt. Und dann haben wir hier ein paar Kleinigkeiten noch. Achso, ja genau. Hier, den Berg habe ich noch ein bisschen bearbeitet. Hier oben sind jetzt schön überall Bäume. Auch hier gibt es einige Pflanzen, die man noch so sieht. Und ich habe auch noch ein DLC installiert. Und zwar von Studio DLC oder so. Es gibt noch so ein Adventure DLC, das habe ich nicht installiert. Aber ganz cool, hier gibt es jetzt richtig viele andere Gebäude noch, die dazu gekommen sind. Moment. Könnte ich mal hier kurz aufsuchen. So, warum wird die denn? Sieht man hier nicht. Ich weiß gar nicht mehr, welche davon sind, ehrlich gesagt. Ich habe so viel auch nachinstalliert, weil ich jetzt noch was mit Western-Sachen machen möchte. Okay, aber eins kann ich auf jeden Fall zeigen. Und zwar gibt es jetzt einen Hai. Finde ich total cool. Also, man kann den hier entweder schwimmen lassen einfach nur. Dann natürlich tiefer, klar. Oder man kann auch einen angreifenden Hai haben. Das finde ich auch mega cool. Wenn er jetzt gleich hochkommt. Das ist etwas Witziges. Ich wollte das eigentlich hierhin machen, aber er würde es nicht treffen. Insofern habe ich es noch nicht hingestanden. Weil wenn ich jetzt drehe, bringt irgendwie nicht allzu viel. Ja, so richtig erschrecken würden sie ihn nicht. So, dann gibt es noch einen anderen hier, der jetzt Anlauf nimmt und dann hoch springt. Auch ziemlich cool. Da. Finde ich auch witzig. Okay, und die gibt es in verschiedenen Größen als klein und groß. Das hier. Oha. Boah. Was ist das denn für ein Biest? Das sieht ja mal cool aus. Das sieht richtig geil aus. Oh, was hat denn der... Hä? Ist das ein Durchgang oder was? Ein Haigang, tatsächlich. Ist das ein Durchgang? Okay, dann brauche ich den doch nicht. Gut, das mache ich mal weg. Ich würde jetzt ganz gerne hier auf dieser Seite mit einem neuen Thema beginnen. Und zwar Western. Hier habe ich die Eingänge mal ein bisschen aufgestellt. Damit das Ganze voneinander getrennt wird. Hier haben wir den Western-Eingang. Und auf der anderen Seite habe ich den Piraten-Eingang genommen. Damit auch nicht beides gleich aussieht. So ist es ganz cool, glaube ich. Und ja. Jetzt können wir hier mit einem neuen Fahrgeschäft beginnen. Also, ich habe auch einiges hier schon erforscht. So, dass es reichlich gibt zur Auswahl. Und davon werden wir uns jetzt mal eins aussuchen. Vorher müsste ich allerdings wieder mal einen neuen Kredit aufnehmen. Denn so viel Geld habe ich jetzt doch noch nicht da. Also, ich würde sagen, wir fangen mal wieder mit 5000 an. So, das sollte auf jeden Fall reichen. Und dann... Ja, nennen wir gleich mal das hier. Das sieht doch ganz cool aus. Okay, Moment. Da brauche ich ein bisschen Platz wieder. Okay, das können wir mal dahin tun. So, also, einen Eingang platziere ich mal dort. Und einen Ausgang da. So, was habe ich denn da jetzt für einen Weg gehabt? Diesen hier. Okay, machen wir ein bisschen breiter. So, dann gehe ich mal so lang. Das wird wahrscheinlich auch wieder elendig voll. Deswegen machen wir noch schön... schön lang das Ganze. Nein, noch nicht da rum. So. Okay. Ich würde sagen, jetzt könnten wir mal rumgehen. So. Okay. Dann werde ich... Achso, den Ausgang brauche ich natürlich auch noch. Ganz klar. So. Äh, was ist das denn? Ne, das ist vielleicht doch ein bisschen sehr breit. Machen wir es mal so. Ne, das sieht auch doof aus. Vier Meter. Wir bleiben mal bei vier Meter. So. Okay, das ist auch dran. Dann brauche ich noch meinen... Pass hier. Meinen Premium Pass. Aktivieren. So. Das werde ich mal hier hin tun. Und... Ne, warte mal. Das ist einfach falsch. Den Eingang muss ich natürlich hier platzieren. Beziehungsweise... Beziehungsweise... Hier vorne hin. Und den Ausgang, den platzieren wir dann hier. So. Jetzt können wir den Weg immer noch lang gehen. Ähm... Zwei Meter breiter. Geht das breiter? Oh, ne. Das wird doch ein bisschen breit. Noch mal zwei Meter... Noch mal drei Meter breit. Mal gucken, was da rauskommt. Ähm... Ähm... So. So. Okay. So. Okay. Das ist auch dran. Perfekt. Dann... Werden wir hier gleich mal die Impressor hin wieder. Zehn ist viel zu wenig. Zwölf reicht auch noch nicht. Wir wollen mit 14 anfangen. Solange es neu ist, kann man das mal nutzen. So. Testen brauche ich das glaube ich nicht. Aber ich würde es mir ganz gerne mal ansehen. Moment. Wir können auch mal einsteigen. So. Mal gucken, wie das so ist. Okay. Wir drehen uns schon mal im Kreis dabei. In der Mahlzeit. Müsste ich vielleicht doch mal so ein Erste-Hilf-Gebäude bauen. Wenn den Leuten hier schlecht wird. Habe ich auch nichts gewonnen. Okay. Ich drehe mich offenbar nur im Kreis. Mhm. Na gut. Ja. Wir passen da einige Personen rauf. Das sieht ganz gut aus. Wir haben da vier, acht Personen. Drei Arme. Da passen einige Personen rauf. Super. Ich würde sagen, dann mache ich das Ganze mal an. So. Neues Frageschäft gebaut. Dann könnten wir gleich mit dem nächsten weitermachen. Beziehungsweise. Pause. Ich sollte vielleicht erst mal ein paar Gebäude wieder hier hinsetzen. Damit das Ganze ein bisschen schöner wird. So. Also, was mache ich denn jetzt hier? Ich gehe einmal Western. Einmal hier rauf. Ah. Hier habe ich ja schon was. Okay. Moment. Ich drehe das mal eben. Was wird ganz schön. Oh ne. Es passt. Das kann man direkt so lassen. Okay. Was habe ich hier noch? Oh. Das ist ein bisschen sehr groß. Das geht nicht. Hier hätte ich noch einen Zug. Aber der ist auch ein bisschen sehr lang. Was haben wir hier? Was ist das denn? Hallo? Da baut sich gerade gar nichts auf. Hä? Was kostet das hier 4.000? Ich sehe hier nichts. Na gut. Ähm. Was haben wir denn hier? Eine Kampfszene. Oh. Die ist cool. Kann ich die hier hinsetzen? Ja. Das müsste eigentlich gehen. Oh. Die passt super dahin. Na. Nun müsste ich gerade setzen noch. So. Perfekt. Sehr cool. Ah. So ganz gerade ist sie noch nicht. Moment. Ah. Kann ich nicht mehr anrühren. Toll. Noch was anders. So. Also. Dann wollen wir es nochmal drehen. Nee. Noch nicht. So. Jetzt passt es. Könnten wir hier noch eine Lampe hinstellen. Eine oder zwei. Machen wir es mal hier hin. Noch eine. Können wir hier vorne hin tun. So. Okay. Schauen wir mal kurz nach. Wie das hier aussieht. 100%. Perfekt. Brauche ich nicht weitermachen. großartig. Dann würde ich sagen. Lassen wir es mal laufen. Jetzt können wir uns mal hier nochmal ansehen. Tja. Der macht hier ein Dauerfeuer. Cool. Sehr schön. Und hier haben wir auch irgendeinen. Ne. Hier ist keiner. Aber gut. Das ist kein Problem. Wir können welche nach. Äh. Bei einen bauen. Hier gibt es nämlich auch ein paar neue. Cowboys dazu. Cow. Boys. Da haben wir sie schon. Okay. Ich würde sagen. Dann machen wir mal so eine hin. So. So. Okay. Und. Was haben wir hier für einen? Der tritt irgendwas weg. Okay. So. Moment mal. Das können wir auch mal drehen. Stellen wir mal da hin. Und hier könnten wir noch jemanden an die Wand lehnen. So. Okay. Das war's. Sehr schön. So. Fahren ist hier schon welche oder was? Nö. Die wollen alle damit fahren. Aber keiner ist da. Okay. Er reinigt das hier schon mal ganz gut. Dann sollten wir auf jeden Fall wieder mal ein paar Bänke hinstellen. Ähm. Andererseits brauche ich auch wieder ein paar. Ne. Piraten brauche ich nicht. Das machen wir mal weg. Hm. Ich bräuchte. Ein paar Geschäfte. So. Nur welches baue ich denn in der Boutique? Boutique Western. Sehr cool. Ähm. Moment. Was ist da drin? Aha. Drei verschiedene Dinge. Okay. Ein Infostand. Infostand brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier habe ich eigentlich gleich am Eingang. Was haben wir hier? Das brauchen wir im Moment auch nicht. Wobei. Das Ding sieht einfach nur cool aus. Ich würde sagen. Das machen wir mal. Gott. Das kann man nicht weg. Wie teuer ist der? 900. Okay. Das können wir uns leisten. Das sollte kein Problem darstellen. Hm. Ich mach den schräg. Nee. Mach ich besser gerade. Hm. Wir machen das mal von der anderen Seite. Bitte. So. Okay. Vielleicht noch ein bisschen. So. Okay. Das sieht super aus. Vielleicht ein bisschen weit raus. Aber. Passt schon. Kriegen wir schon hin. So. Dann brauche ich hier noch ein weiteres Geschäft. Idealerweise. Was? Das Restroom. Ist das Toilette oder was? Ja. Das sieht mir stark nach Toiletten aus. Es sind Toiletten. Okay. Die brauche ich auf jeden Fall auch wieder. Aber das waren die. Naja. Das ist kurz zum Piratenteil dazu. Das möchte ich dann doch nicht haben. Mal gucken. Was wir noch so finden hier. Hm. Info brauche ich nicht. Multishop. Nee. Das ist Pirat. Was haben wir denn noch? Was ist das? Personalgebäude. Okay. Brauche ich auch. Aber nicht unbedingt jetzt. Das waren wieder Piratenkrams. Ähm. Pirat. Moment. Ich gebe mal Western ein. Mal gucken. Was passiert. Western. So. Kleines Westerngebäude. Kann ich da irgendwas reinmachen in das Gebäude? Oder? Keine Öffnung, oder? Nee. Das kann ich vielleicht so irgendwo hinstellen, aber viel mehr wird es nicht sein. Was ist das? Oh, das war ein cooler Durchgang. Wieso habe ich den denn nicht genommen? Der sieht ja auch mal geil aus. Hammer. So, was haben wir hier noch? Hallo? Das braucht er wieder nicht. Okay. Okay. Was haben wir noch? Wasser. Hot Dog. Boutiquen. Ähm. Was haben wir hier? Ah, ja. Genau sowas habe ich gesucht. Wobei, da ist noch mehr drin, ne? Ne, das bräuchte ich denn doch nicht. Das ist auch mit einem Fresskiosk. Was haben wir denn noch? Eine verlassene Kirche? Crazy. Okay. Ein Westernhotel. Ey, mein erstes Hotel. Das wär's doch. Kann ich da auch was reinmachen oder ist das nur Hm. Kann ich offenbar nichts reinmachen. Schade eigentlich. Ein paar Ställe. Okay. Ein paar Gebäude, die man später noch bauen kann. Planwagen. Reparaturgebäude. Auch cool. So, was habe ich denn hier noch? Ach Gott. Was ist das denn? Ist doch riesig. Okay. Auf der einen Seite ein moderne Gebäude hier noch mit einer Mülltonne. Oder auf der anderen Seite genau das Gegenteil davon. Okay. Ist das auch nicht so? Was haben wir hier? Aha. Info. Was haben wir hier? Wow. Ist das eine Gatling? Krass. Sieht ja auch geil aus. So, aber nichts, was ich jetzt hier Spielehülle. Wir gehen mal hier rauf. Ne, ich geh mal hier drauf. So, vielleicht find ich da ja das Richtige. Also nochmal auf. Western. Was haben wir denn hier jetzt dabei? Souvenirladen. Ja, genau. So, sowas habe ich gesucht. Na, endlich. So, ich würde sagen, den werde ich mal gleich hier nebenhin setzen. Damit die Leute auch was kaufen. Ne, muss ich wohl so setzen. Na. Okay. So kann das bleiben. Gut. Und jetzt kaufen die da hoffentlich auch was ein. So, was haben wir hier? Okay. Wie sieht es hier aus, meine Finanzen? 756 Einnahmen. Okay. Profit im letzten Monat. Uh. 1600. Na, im Moment scheint es sich ja zu lohnen. Okay. Ich würde sagen, dann bauen wir gleich mal das nächste Fahrgeschäft hier hin. Wo wir gerade auch mal dabei sind. Kohle ist ja da. Was haben wir denn noch, was Spaß macht? Iron Claw. Was haben wir hier? Oh, was ist das denn hier? Okay, der hat nicht allzu viel, aber Übelkeit hoch. Was ist denn das? Ach du Alarm. Was ist das denn? So was wie eine Guillotine. Was denn? Hammer Teil. Okay. Das will ich haben. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich das jetzt nutzen soll. Ich würde sagen, das Set werden wir mal auf der anderen Seite. Nö, auf der anderen Seite brauche ich das glaube ich nicht machen. Aber ich könnte das hier hinsetzen. Vielleicht ein bisschen einlenken noch. So. Okay, machen wir es mal dahin. Dann werde ich hier hinten mal den Eingang platzieren. Und hier vorne den Ausgang. Oh. Sehr passend. Aber wir machen das hier hin. So. Dann fängst du mal dahin. Und hier können wir dir mal den Weg direkt verbinden. Moment. Schön breit. So. Also. Da geht's los. Ein kleines Stück noch. So. Jetzt gehen wir mal. Na. So lang. Oh, das ist schon eng. So. Komm, hier fiel wieder rum? Ja. Na komm. Was blockiert? Ne, passt schon. So. Das haben wir auch gemacht. Okay. Dann. So. Gehen wir gleich hier weiter. Hier mache ich den Premium. Passt mal wieder mit rein. So. Eingang ist. Moment. Ähm. Was soll das denn? So ist es aber nicht richtig. So. Wir werden das mal hier machen. Und den Ausgang nach da setzen. Hoffentlich passt das noch. Dass ich da durchkomme. So. Ja. Das müsste eigentlich noch passen. Moment. Das ist ein falscher Weg. So. Den brauche ich. Ein bisschen länger vielleicht mal. So. Ein bisschen krumm ist es doch geworden. Oh. Geht das jetzt noch? Ja. Perfekt. Okay. So. Dann mache ich das hier auch nochmal anders. Sehr gut. Das ist auch erledigt. Und. Nun. Brauchen wir eigentlich nur noch. Sagen hier. Voll besetzt. Und. Moment. Andere. Was? Nur 8 Dollar bringt das Ding. 11 müssen schon sein. So. 11 Dollar. Und ich würde sagen. Machen wir das Teil mal auf. Herausforderung abgeschlossen. Welche? Bewertung 500. Ey. Cool. Ja. Nehme ich immer gerne. So. Dann wird es auch mal Zeit. Dass ich sage. Hier. Ich müsste mal wieder. Ein wenig Personal einstellen. Also. Zumindest. Einen Sicherheitsbeamten. Den brauche ich. Ich habe davon inzwischen zwei. Aber. Wir sollten vielleicht noch einen dritten. Mit einbauen. So. Oh. Hier muss ich auch noch was machen. und zwar brauche ich noch ein wenig was an wenig für die Optik. So. Das war. Der war zu lang, ne? Moment. Ich kann den mal drehen. Mal ein bisschen höher. Ne. Der ist zu lang. Den kann ich da nicht gebrauchen. Was haben wir hier? Ah. Das Teil. Okay. Nehme ich. Gefällt mir gut. Boah. Was ein Teil. Okay. Ich würde sagen. Wir setzen mal direkt hier hin. Schauen wir uns mal darauf gleich an. Äh. Nein. Das war nicht so gut. Ich muss die tiefer setzen. Oder was? Die stehen alle hoch hier. Die Bengels. Oh Mann. Moment. Geht mal ein bisschen tiefer, Jungs. Ähm. Vielleicht geht er ein bisschen ein kleines Stück zurück. So ist es besser. Kann ich hier mehrere gleichzeitig anklicken? So. Den. 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 Und den. Und die Jungs können wir jetzt auch mal gleich. mitbewegen. So. Dürfen die in der Höhe passen. Und dann mache ich das damit. So. Mal gucken. Das sollte schon reichen. Was? Habe ich den nicht mehr angewählt? Toll. Okay. Muss der eh weiter zurück. So geht es ja auch nicht. So. Okay. Und hier muss auch noch einer weiter zurück. Oder zwei. Ne. Die haben wir gar nicht mitgewählt. Toll. Also. Den. Den. Hallo. So. Jetzt hat er ihn. Angewählt. So. Okay. Und. Dann runter. Hm. Gehen nicht alle gleichzeitig runter? Toll. Okay. Machen wir den mal extra. Also. Ein Stück zurück. Und. Dann machen wir es runter. Okay. Dem das gleiche. Und auch runter. Okay. Das sollte reichen. So. Was haben wir denn jetzt hier? Das sieht schon ziemlich cool aus. Ach. Guck mal. Hier rollt das jetzt auch runter. Das Ding habe ich ja auch schon benutzt. Einzelnd. Ah. Finde ich schon ziemlich geil. Wie das so gemacht wird. Was die Leute für Ideen haben. Sieht schon ziemlich cool aus. Kann man nichts zu sagen. Nichts anderes. So. Dann wollen wir mal hier schauen. Wie das hier aussieht. Muss ich darauf gehen. Auf. 80%. Okay. Da könnten wir noch was setzen. So. Aber was macht denn der hier eigentlich? Ein Fahrstuhl oder was? Aha. Die sind schon mal runter. Ja und? Was passiert jetzt? Oh das geht aber so nicht. Voll mit 6. Ne. Passt also doch. So jetzt sind die oben und dann? Oh die fahren mit den Faschel hoch. Mehr ist es nicht. Das wäre mal ein Gig. Und ganz nach oben. Nach oben? Das war es schon. Nee. Aha. Okay. Würde mich persönlich jetzt überhaupt nicht reizen. Das ist ja langweilig. Okay. Das ist ja langweilig. Na gut. Egal. Dann reichen dort auch die 80%. Okay. Wie viel habe ich Geld habe ich noch? Oh. Immer noch genug. Moment. Das wird auch schön langsam zurückgezahlt. Ach komm. Das reicht. Brauchen wir nicht so schnell zurückzahlen. Okay. Dann wollen wir mal hier mal schauen, was die so einnehmen. Wenn die was einnehmen. 517. Mach noch keine schwarzen Zahlen hier. Dumm gelaufen. Okay. Aber hier warten schon reichlich Personen wieder. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal weiter. Was haben wir denn hier noch Nettes? 18.000. Okay. Das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir... Das könnte... Nee. Das habe ich ja schon. Okay. Diese gelben hier kann ich mir leider gar nicht leisten. Beziehungsweise nicht... Äh... Die kann ich nicht nutzen. Weil das zum anderen DLC gehört. Deswegen kann ich die leider überhaupt nicht nutzen. Alles was so gelb hinterlegt ist, geht nicht. Okay. Wir haben noch ein paar Fahrgeschäfte. Ach jetzt macht er das. Hm? Was ist denn das hier? Das sieht auch cool aus. Okay. Aber jetzt würde ich das andere mal aufmachen hier. So. Was ist das denn? Okay. Ähm... Das habe ich schon gehabt. Das hier hatte ich noch nicht. Ist auch sehr crazy. Das ist ja so ein Hammer. Okay. Sieht cool aus. Ich würde sagen, das nehme ich. Das sieht doch mal richtig geil aus. So. Dann müsst ihr es etwas drehen. Machen wir das mal so. Okay. Und... Wenn wir das mal direkt hier... Hinsetzen. So. Dann würde ich mal hier ein paar Wege neu machen. Nee, nicht vier Meter. Und... Ist das der Richtige? Ja. Mit dem Logo drauf. Sehr gut. So. So. Okay. Machen wir das ein bisschen länger hier. So. Okay. Hier werden wir hier rauf. Eingang platzieren. Gehen wir uns da vorne hin. Und den Ausgang wieder direkt hier. So. Okay. Na. Dann mal los. Also. Hier brauchen wir einen breiten Gang. Und... Oh man. Nee, das ist zu lang. So. So. Hm. So. Okay. Komm ich jetzt hier wieder rum. Ja. Oh. Es wird wieder eng. Aber passt. So können wir das machen. Okay. Dann... Was? Lass mich in Ruhe. So. Geht das gleich weiter. Premium Pass aktivieren. Der Eingang... Ist... Da. Und der Ausgang ist... Na. Da. Okay. Jetzt wollen wir das hier verbinden. Sehr gut. Das ist auch erledigt. Okay. Aber ich habe hier wieder mal... Wieder mal den falschen Weg. Sehr toll. Jedes Mal das gleiche. So. Okay. Das haben wir auch. Dann brauche ich hier wieder mal ein paar... Gebäude. Beziehungsweise... Wir können mal hier schauen. Hm. Da habe ich ja erstmal wieder... Meine... Meine Scheinwerfer, meine Lampe, wie auch immer. So. Muss man hier mal gleich hier hin. Schön billig. Das war ein Infoshop. West sein Gebäude. Was haben wir denn hier noch? Hm. Das ist ganz schön lang. Planwagen, Reparaturen. Okay. Kann ich jetzt so... Nichts mit anfangen. Was? Eine Western-Spielhülle? Wie sieht die denn aus? Aha. Naja. Recht schlicht, würde ich sagen. Western-Totengräber. Okay, ich würde sagen, jetzt stellen wir mal da hin. So. Was haben wir hier noch? Oh. Das war das hier. Klar. So. Was haben wir hier noch? Western-Totengräber. Nee, das war ein Shop. Das hier war irgendwas. Und hier haben wir noch ein kleines Gebäude. Das bringt mir allerdings nicht allzu viel. Ah, nee. Das geht gar nicht. Da würde ich alles vollstellen. Und hier habe ich das gleiche Problem. Da stelle ich auch alles voll. Okay, dann kann ich das schon mal nicht nehmen. Dann schauen wir mal lieber hier mit rein wieder. Moment, das kann ich mal wegmachen. Machen wir hier noch so einen Wagen mit hin. So. Hexenhaus brauche ich jetzt gerade nicht. Ah ja, das ist auch sehr cool. Hier mit dem Drachen. Finde ich schon recht witzig. Mit dem Ritter davor. Cool. Absolut geil. Aha. Combat Cowboys. Oh, die habe ich auch noch nicht gehabt. Sieht geil aus. Aber passt aber nicht hin, ne? Schade. Oh Mann, das ist echt doof. Okay, warte mal. Nein. Das war nicht gut. Zurück. So. Moment, ich mache das mal kurz weg. So, das machen wir weg. Und das machen wir auch weg. Und dann werde ich die... Moment, habe ich die gehabt? War das die? Ne, die waren das nicht. Ähm, wo war die jetzt hier? Da. Ne, die war das auch nicht. Verdammt. Warum ich denn jetzt die Cowboys gehabt? Cowboy. Cowboy. Cowboy Camp. Was haben wir hier? Oh, das sieht auch sehr nice aus. Wird das schon gehabt? Ne, das habe ich auch noch nicht gehabt. Finde ich ja auch ziemlich geil. Okay, komm, das werden wir mal hinsetzen. So, okay. Was haben wir hier noch? Das ist was anderes. Oh, das sieht alles sehr geil aus. Ach nee, ist ein Eingang. Ah, die kann ich nicht gebrochen. So, was haben wir denn noch? Eine Gebüschssammlung. Okay. Die könnten wir damit noch hintun. So. Okay, und... So, was haben wir noch? Hm, Piratenszene. Was ist das? Loony Cowboy. Oh, der ist schon klein. Kann ich den hier irgendwo noch mit hinsetzen? Ah, das wird wohl nicht gehen. Ne, das ist leider zu groß immer noch. Was ist das? Ist das Pirata drin? Ja. Sieht aber ganz cool aus. Ich glaube, den kann ich auch so hinstellen. Das erkennt man nicht, dass ein Pirat ist. So. Piratenbattle geht wohl nicht. Was haben wir hier noch? Piraten, Piraten. Und... Nein, das ist auch nicht. Piraten. Hm, jede Menge Piraten. Das ist auch nicht das Richtige. So, hier habe ich noch einen Schatzhaufen. Kann ich den hier hinstellen? Oder ist er auch zu groß? Auch zu großer. Okay, dann geht es halt nicht. Mal gucken, ob ich das... So, machen wir das mal weg. Und schau mal hier nach, ob das überhaupt notwendig ist. Wollen wir noch weiter was machen? Ja, ist notwendig. 55% habe ich hier nur. Da muss ich auf jeden Fall noch was machen. Mist. Okay, dann schauen wir noch mal nach. Irgendwas Kleineres brauche ich. Was ist das? Ah, das hier ist übrigens auch geil. Ist zwar nicht klein, aber cool. Leute, kommen auf Ideen. Das sieht so geil aus. Was zum Wahnsinn. Echt cool. Okay, ist aber jetzt nicht das, was ich brauche. Gruseliger Felsen. Nee. Nee. M&M. Ach komm, setzen wir den mal dahin. Ist zwar nicht ganz Western, aber gut, ihr habt einen Western Hut auf. Insofern, sag ich mal, können wir das so machen. So. Einmal etwas tiefer. Okay. So, dann schau ich hier noch mal nach. 88%. Perfekt. Halt, öffnen muss ich es auch noch mal. So. Okay, jetzt haben wir hier drei neue Fahr, ähm, Fahrgeschäfte hingesetzt. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier so funktioniert. Da kommen schon die ersten Gäste. Ja. Haben keinen Premium Pass. Müssen einen langen Weg laufen. Boah, das ist aber auch voll jetzt hier gerade. Der Oberwahnsinn. Ach so, warte mal, ich hab den Preis, hab ich den schon geändert? Ähm, nee. Werden wir etwas teurer gestalten wieder. So, 14 Dollar. Aha. Die drehen sich tatsächlich nur im Kreis. Na gut. Okay. Damit haben wir den neuen Abschnitt auch eingeweiht. Und ich würde sagen, hier beende ich auch die Folge für heute. Ah, guck mal, jetzt geht es auch waagerecht. Auch sehr cool. Ja, das ist doch wenigstens... Dann ein bisschen spannender als das hier hinten. Vielleicht sogar spannender als das hier. Okay. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020